Ich hab jedes mal so den besten Lander-Spot, absolut. Geh aber jedes mal so diesen Kisten hier gerade. Ja Spotify. Ja genau, hdf. Ja, halt's mal jetzt. Jetzt reicht's. Und jetzt... Genau. Find ich gut. Erstmal Spotify deinstallieren. Ich dachte, der fängt an zu bauen, aber... Dann halt nicht. Was? Er hat so... Hä? Er ist eh runter, oder? Er dachte auch, er ist unsichtbar. Ähm... Ich will nicht drüber reden, okay? Oh... Er ist einfach der Beste. Hä? Ich wär einfach auf dem falschen Start. Mach einfach gar nichts, als ich neben ihm stand. Soll ich schnell einfach trappen? Jetzt läuft der hier gerade, oder? Das war ein bisschen spät. Jetzt auch, ich müsste früher loslaufen können. Ach man. Aber es ist ja diese... diese Überforderung nach der Trap. Ja moin. Ich würde jetzt gerne einfach weg... Ich hab sie doch weggefetzt. Junge. Einfach weggefetzt. Kann. Was ist das für Sounds? Was? Was? War das ein Emote? Also... Hä? Was hat der gemacht? Ich hab's dir gesagt. Wollt ihr das noch einer mit Auto? Ja. Aber bist du snipen, Digga? Jetzt mit dem... Ach Junge. Klar. Das ist... Absolut Cyber-Mobile. Das auch. Was? Wie war das nur 20 Schaden? Junge. Cyber-Mombing. Zurück einfach.